Das wäre jetzt zumindest einmal der Plan, dass wir jetzt hier rüber gehen, mit der Bänke fahren, dass man mit der Bahn über Mai auf den Hoch geht, dass man da hoch geht und dann wow, sieht jetzt weiter aus als es ist, 2000 Meter. Musik 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 Das wäre die Bergstation der Penkenbahn, die fährt von Mayerhofen hoch, also die würde von Mayerhofen hoch gehen und da einen Ort weiter und zwar in Hippach, dort ist noch eine Bahn, quasi die erste im Skigebiet hinweg. Und zwar die Horbergbahn, also man kann dieses Skigebiet fahren über die Horbergbahn, über die Penkenbahn, über die Finkenberger Almbahn und dann haben wir in Dux noch die Raskogelbahn, die wäre in Vorderlanersbach und dann quasi das letzte Skigebiet in diesem, in dieser Gegend dann, oder was das umschließt dieses Skigebiet, wäre die Heckalmbahn in Lanersbach. Also über fünf Gandeln kann man vom Arthoch in das Skigebiet hier in Zillertal 3.000. Musik 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 Musik